Das Beste ist, wir sagen ganz offen, dass wir die Stühle kaufen wollen. Aber wo? Aber wo? Nichts überstürzen. Wer weiß, wozu wir das Geld noch brauchen. Darf ich Ihnen einige Modelle vorführen lassen? Bitte. Bitte. Vielleicht ein besonders schönes Resedo grünes Cocktailpfeil. Hm. Ja, bitteschön. Genau, würden wir gerne sehen. Bitte. Sofort. Das ist nämlich unser schönstes Modell. Sehr begierig. Sofort. So, da wäre das Cocktailkleid. Gefällt Ihnen das Modell? Oh ja. Das, äh, Frau Leines. Ja. Ja, zu kurz. Wie bitte? Das, äh, nicht das, das Geld. Da hätt ich eigentlich dich aus Goldlamäum, Goldbocker an. Das, da ist es. Sofort. Hier ist was. Nichts. Ist nichts was. Ist nichts, oder? Hier werden wir das mit von Nacht kleiden. Hm. War was? Hm. Bei Ihnen? Nichts. Ach, nichts zu mir. Ja. Kommt dieses Modellchen infrage? Nein, nein, nicht. Wir kommen vielleicht ein anderes Mal. Ja, ich... Das war nix. Satis.